Echt? Ja, 1000 Seelen gab die. Mal schauen wie es jetzt läuft mit dem Boss. Ja, mal schauen. Entweder es läuft so gut wie beim Aldrig oder gar nicht. Ist die Tür danach wieder offen? Ich glaube schon. Ich kann schon mal so viel sagen, den habe ich schon zweimal gebettelt oder geholfen. Und beide Male bin ich vorzeitig verreckt. Also es kann so und so ausgehen. Entweder kriegen wir jetzt voll auf den Sack. Und das kriege ich nicht in der Fall. Es fängt schon mal gut an. Ja, es fängt richtig gut an. Ja. Finde ich. Ja. Wann kommen sie denn? Die Pfeil von der Rindler. Die Pfeil von der Rindler. Die Pfeil von der Rindler. Ich treffe gerade wieder gar nichts mehr. Oh nein, er ist tot. Die Pfeil von der Rindler. Ah, scheiße. Ich lege dich hin. So. Ist ja gut gelaufen jetzt. Ja. Obwohl es kacke angefangen hat für mich. Ja, haben sie schon. Und lass uns weiter...